Rechts und verstoßen im Eingang Ja ich bin raus Gut gemacht Ich bin raus Ich bin raus Janosch und Niklaschen Okay let's go Hallo Leute Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil vom Lost Airfield Spieltag am 19.11.2022 In diesem Video seht ihr wie wir versuchen uns unbemerkt an die Brüder heranzuschleichen Aber seht selbst Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Ich bin raus 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 Nein das ist doch aber Nö Dann müssen wir nach rechts aber wir können ja mal gucken Da ist irgendwas Das ist krass. Unterstücken wir mal rein. Drücktee, drücktee, drücktee. Drücktee, drücktee. Nachi. Fahrzeug drücktee. Unterstücken wir mal und dann. Dass du nicht soarbring. Jetzt was er. Was auch wenn wir uns kienten? Was das? Im Überschuss. Im Körper mit einem Schatten. Das ist ein NDR. I always take what I want and I always give it 100. Der Dekki, oder was? Fahrzeug kommt wieder, Fahrzeug kommt wieder. Fahrzeug kommt wieder, Fahrzeug kommt wieder! Fahrzeug kommt wieder, Fahrzeug kommt wieder. Fahrzeug kommt wieder, Fahrzeug kommt wieder. Ich mache ihnen alle zwei, die Dekki. Guck mal. Kriegst du was? Die CD ist aber gut beschädigt. Siehst du die CD, Potti? Lass uns die CD wiederholen. Prats nicht. Potti hier. T qualidade. Und der andere? Ist der da vorne noch drin oder ist der schon wieder raus? Ich hab kein Verband mehr. Sorry. Ist schon fertig. Hat er schon. Achtung rechts, Kloverschlag geradeaus. Kloverschlag geradeaus. Links neben dem Fahrzeug oder was? Rechts daneben. Sind sie uns die ganze Zeit auf? Ja. Erst auf Community. Danke 2022. Wir sehen uns nächstes Jahr in Malwinkel. Auf Wiedersehen. Tim Grizzly. Danke. Ja wir können ja mal jetzt hier ja genau die Richtung Richtung Stalkerbar gehen. Ja je nach kommt immer auf die Entfernung an. Aber wenn die voll losbrälen mit dem MG kann es schwierig werden. So hier immer links rechts gut aufpassen. Nicht den Blick halten. Alles. Wer treibt denn hier? Ja das ist das gegnerische Fahrzeug. Da wollte ich jetzt eigentlich mit euch nennen. Ja das ist unglaublich. Einen? Ja das haben wir euch noch gehört. Ja das alles noch gehört. Das war's. 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 Das war's.